Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder zuschaut. Hier der nächste Video aus unserer Reihe. Video für daheim gebliebene oder daheim eingesperrte, unser Energy Tai Chi. Wir haben nur einen Schritt, der geht dann nach rechts. Chi heben, senken. Einen Schritt nach rechts, die Wolkenhände. Nach rechts Mädchen am Webstuhl. Und nach links. Und nach rechts, die Wolkenhände. Die Hände bleiben oben, gehen nach vorne. Himmel und Erde miteinander verbinden. Die linke Hand zur Erde, die rechte zum Himmel. Seite tauschen. Der Kopf geht auf die Seite, wo die Hand nach unten zeigt. Den Tiger abwehren nach rechts. Und nach links. Die Pferde Mähne teilen. 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 Das Kniestreifen. Die Hände an die Hüfte, auf die Ohren schlagen. Die Hände kreuzen. Einmal ist die linke Hand vorne, einmal die rechte Hand vorne. Und sechsmal Push. Die Energie den Berg hoch schieben, die Schultern rollen zurück und wir schieben nach vorne. Die Hände ganz langsam runternehmen zur Hüfte, einen Schritt nach links. Vielen Dank fürs Zuschauen und Mitmachen und bis bald.